Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, sitze ich im Auto, fahre diesmal selber nicht, sondern mein Mann ist mit von der Partie. Wir sind ausreichend nicht am Weg in den Stall, sondern fahren wir jetzt zum Bahnhof nach Mönig. Dort steigen wir in den Zug und fahren nach Wien. Weil heute um 16 Uhr ist am Heldenlauf das Fantreffen mit der Anja von Consolida. Und ich habe mir einfach gedacht, da schaue ich mal vorbei, lerne die Anja kennen. Und ja, mal schauen, was sich so ergibt. Ich wünsche euch viel Spaß und bis hierhin später. So, wir sind jetzt am Bahnhof, kaufen für Wien noch ein Ticket. Ich habe die Januskarte und dann schauen wir mal weiter. Und jetzt zum nächsten Mal. Und dann? Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt schon relativ nah am Heldenplatz, glaub ich zumindest. Habt ihr mit mir? Nein, mit der Kamera. Nein, nicht mein Schatz. Wir gehen gerade beim Museumspartier vorbei, also bei einem der Museen. Wo gehst du hin? Ich weiß nicht. Wir müssen da gerade drüber, glaub ich zumindest. Wien ist anders. Ja stimmt, Wien ist anders. Ich hoffe, wir finden jetzt hin. Und ich hoffe, wir treffen noch tatsächlich die Anja. Und ja, mal schauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Wie wird man von der Mini überfahren? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.